Mach die nicht so breit, ey. Hier nehm ich ihn noch nicht runter. Sehr gut. Ah, der doch. Okay. Hoch. Danke. Ah, verfahren. Hoch. Danke. Hoch, 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 hoch. Okay, der muss ich dann direkt killen. So. Da, je, 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 je. Das war von König der Löwen. Original getreu. Leck, danke. Scheiße, ich, der hatte die Dinger definitiv noch oben. Da bin ich mir so der Moassen sicher. Der Moassen, ja, ja. Ja, schön, die eine Maske verloren, die nächste bekommen. Ist das nicht ein schöner Kreislauf? Kreislauf. Und zu wieder von König der Löwen. Nee, ich mag den Film. So. Okay, das wird... Ist das noch irgendwo ne Kiste oder so? Abgesehen von Nightfall Kisten. Weg. Hä? Das kommt mir so bekannt vor. Hab ich das nicht doch schon mal irgendwie... Mal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay, okay, okay. Himmel. Herr... Was? Zum... Ok, ich hab sie irgendwie geschafft... ...ich weiß noch nicht wie... ... aber ich hab's geschafft. ... Was!? Nein, 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 nein... ... ... ... ... ... ... Hallo mein Freund! How are you? Fick dich doch weg! Man steht auch genau da noch wenn... Ooooooh! Okay. Blutknöte! Und noch eine! Zack, zack! So. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen warten, so. Neff! Neff! Und da ist der erste Edelstein. Oh mein... Oh mein Gott. Äh! Weg! Hui! Ich möchte das eigentlich noch gar nicht beenden. Oder hab ich jetzt schon alle Küsten? Natürlich nicht. Ich hab... 19 Stück fehlen. Komm ich da denn irgendwie wieder zurück? Äh... Äh... Hä? Cool. Da hab ich jetzt einfach... Okay, jetzt hab ich ein Problem. Das schaff ich doch niemals. Hä? Wie zum Teufel soll man das denn machen? Okay, da wird man bestimmt auch so rumkommen. Okay. Oder muss ich erst mal... Ich hab schon wieder alles verkackt. Pfff! Weil ich muss da so oder so hin, weil ich die Nighthook ist... Oh nein! Oder hab ich das jetzt... Ne, ich kann zurückgehen und dann wieder... Okay. Das... Sollte eigentlich funktionieren. Es gibt von vielen Sachen meistens... Okay, die hab ich jetzt zu spät gesehen. Zwei Möglichkeiten. Und ich such mir... Ich weiß nicht, wieso es so ist, aber ich nehm immer die schwierigere Variante. Die grad zum Beispiel bei... Nightfight, scheiß. Also alles zurück im... Na, im Dunkeln, weil ich so toll bin. Ach so, so geht's auch. Okay, wo ist die Kisse? So, waf, 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 waf. Ah, komm, pack die Kacke da weg. Nuff, nuff! So. Wo ist denn der Aufzug? Ja, klar! Du bist so gott verdammt komisch, ey. Fick dich, Alter. Hallo, sieben Edelsteine. Pro Edelstein brauchen wir vier Videos. Ey, das heißt nur noch 28 Videos. Leg mich doch mal an. Also müssen wir erst mal das ganze Level durchspielen und dann wieder zurück... Oh mein Gott! Hallo meine Freunde! Ihr seid alle meine Freunde, weil ich euch hasse, wenn ihr die pisst. Tschüss. Fick. Fick. Tschüssi. Ja, komm runter da. Na, 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 na. Oh, ich muss schon wieder ganz... Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ey, das ist doch nicht... Das ist doch jetzt... Nicht wahr, oder? Ey, das ist doch... Ich krieg nen Kack rein, ey. Es kann... Oh, ne? Ich brincht go runter! Ey, eu, also... Wie megaos gemacht? Und fick dich denn weg! Bla bla bla, zweite Teil, einfacher... ...und wenn du lebst... Nein, ist er nicht. Der ist genauso kacke wie der erster. Ich glaube, ich kenne kein anderes Spiel, wo man so schnell seine Leben verlieren kann, wie dieses hier. Oh mein Gott, ey. Nein! Oh, weil es reicht. Okay, da ist noch einer. Nein, es ist nicht. Okay, ich habe das Leben einfach mal weggeschleudert. Ich habe ja genug. Ich habe ja 15 noch mal. Ich konnte es einfach nicht abwarten. Tja, es ist nicht so der Maße. Lass die Dinger oben, lass die Dinger. Mach mit den Dinger, was du willst, sind mir auch schlupe, ey. Hallo, Mann. Ja, ich bin echt zu ungeduldig, ich weiß. Ich riskiere jedes Mal mein Leben. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, es bringt doch gar nichts, weil ich bin doch jetzt schon verreckt oder so. Aber noch nicht nach einem Checkpoint. Das heißt vielleicht, hoffentlich, wenn das Spiel nett zu mir ist, weil es natürlich nicht sein wird. Oh, doch, ist es. Danke. Okay, jetzt darf die nur nicht verschwinden. Also, ich hoffe mal, ich darf jetzt noch sterben. Weil ich werde garantiert noch fünfmal sterben. Den brauche ich noch für später. Aber ich kann mich erinnern, dass irgendwo so eine Kacke hier vorkommt, genauso wie sie jetzt hier gerade vorkommt. Ja, kluger Satz von mir, ich weiß. Ich bin frustriert und angepisst und dann spreche ich gerne mal solche lustigen Sätze, die kein Deutsch sind. Ja, 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 komm, komm. Ich will da gerne rüber, danke. Und jetzt hier die Kacke. Und hier sind lustige Fässer, wo ich nicht reinlaufen möchte. Ja, 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 ja. Okay, irgendwie hat mein Daumen gesagt, ne, jetzt drück ich nicht mehr. Ich glaube, den muss ich mal abnehmen und auswechseln oder so. Oh, ey, das ist ein gottverdammtes Extraliveller. Müsste hier so irgendwie mal drin sein, auch mal nicht zu sterben. Ja, ja, komm, pack die Kacke jetzt hier. Oh, hä, lustige Ausrufezeichenblöckchen aktiviert. Wieso laufe ich denn jetzt da rein? Ich war da viel weiter weg als gerade. Kacke, Kacke, Kacke! Hä? Hä? Ja, klar, zwischen den beiden Sachen kann ich... Was? Wehe, das Ding ist jetzt weg. Dann brech ich ins Essen. Okay, es ist noch da. Hoch! Ficken! Nein, ich brauche euch noch. Äh, hä, hä, hä. Oh, war das knapp. Hilfe, ey. Äh, Extraliveller. Toll. Ein schönes Extraliveller, ein richtig tolles Extraliveller. Ich habe auf die Zungen gebissen, auch das noch, ey. Meine Güte. Runter mit der Kacke. Äh, 60. Das Video, ich komme. Ich sehe jetzt schon kommen. Ich komme, ich sehe jetzt schon kommen. Nein, nein, ich rede so lustigen Kram. Äh, äh. Oh, fuck, fuck. Ja, jetzt war ich natürlich zu weit, klar. Wir machen ganz kleinen Schuss und dann sind alle deine acht Füße unten, oder was? Mein Gott, diese verkackte Schwerkraft immer, ey. Äh, hol dir mal einen scheiß Jetpack oder so was. Ja, nein. Meine Güte, ich habe mich gerade selbst angespielt, vermute. Oh, fuck. Ja, ist gut. Mach hier einfach alles weg. Und ich will doch einfach nur die Kackisten haben, ey. Gerade habe ich das auf dem Anhieb fast geschafft. Und dann, aufgrund meiner eigenen Blödheit, Bl-bl-bl-blödheit, Okay, jetzt hilft es klar. Wieso denn nicht, du Kacke? Meine Fresse. Ja, ich stehe eigentlich voll im Abgrund, aber ich ja egal, ne. Ich ja auch total... Ach, scheiß, fick dich, du Kacke. Programmierer, der dieses Level hier programmiert hat, ey. Ich könnte mir kaum einen schöneren Feierabend vorstellen, wie den heutigen. Äh, ja, Stunde gespielt und ein Edelstein geholt. Kann ja auch irgendwie spät mehr haben. Okay. Wie, ey. Okay. Okay, wir sind durch. Jetzt darf ich noch nie wieder irgendwas... Ich muss auf jeden Fall durch das Bonus Level jetzt kommen. Jetzt lasse ich mir auch ganz viel Zeit. Hui. Ich muss auf jeden Fall durch das Bonus Level jetzt kommen. Ich muss auf jeden Fall durch das Bonus Level jetzt kommen. Ich muss auf jeden Fall durch das Bonus Level jetzt kommen. Ich muss auf jeden Fall durch das Bonus Level jetzt kommen. Ich muss auf jeden Fall. Vielen Dank.